Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Beidors G2 Throne of Baal. Ja, wir müssen uns immer noch mit den Dämonen umschlagen. Bevor wir uns dann um den Kampion kümmern können. Uns fehlt halt das Dezember Edelstein von den Dämonen. Und um die ganze Sache noch schöner zu machen, können wir keine Buffs benutzen. Weil diese Anti-Buff-Zone uns halt einfach alles wegsaugt. Na dann gucken wir mal. Äh, dürfte ich mich wehren bitte? Ich bin schon ohne neidlos, verstanden. Äh, im Wohin. Trank und abhauen. Okay, wo bin ich jetzt gestorben bitte? Äh. Also irgendwie entstehen immer wieder neue Gegner. Ich hab so das Gefühl, dass das, ähm, Oberdämon hier liegt. Ich bin schon ohne meine... Okay, okay, verstanden. Ich bin schon ohne... Ich hab auch ohne diesen Mist schon genug Ärger. Ja, das hilft alles irgendwie nicht viel. Hm, keine große Herausforderung. Ich warte. Äh. Also wenn man was anderes, nämlich zu rasten einfach mal. Vielleicht sind wir vollgetankt besser dran. Was immer ihr wünscht. Okay, im Wohin stirbt gerade, während ich in der Pause bin. Mal um im Wohin halt, wie bei Mauretzis sind. Oder ein Glabrezzo. Und da ist ein Quasit. Während der da immer neues Zeug beschwört. Wie soll man das bitte schaffen, so? Das war falsch. Okay. Auto-Safe hilft mir auch nicht wirklich. Darf er mal bitte 5 raus? Hallo? Was machst du denn? Ich bin ein bisschen zu schnell, hab ich so das Gefühl. Wow. Da brauch ich mehr als nur 5. Ich hab nicht zufällig hier welche drin. Nein, da sind nur die extra starken drin. Warum hab ich hier oben andere als hier unten? Äh. Mir auch grad egal. Ich warte. Keine große Herausforderung. Ja. Also zurück ins Einsprängsel. Rasten. Zurückkehren. Quick-Safen. Dann echt überlegen, was ich mache. Weil mich schlecht zurückziehen bringt nix. Fragt nun gut. Ich hab nämlich das Gefühl, immer wenn ich den Teleporter benutze, dass mir Gegner kommen. Was immer ihr wünscht. Und ich darf natürlich nicht pausieren. Ähm. Ja? Ja. Ich warte. Ich warte. Ich warte auf euren Befehl. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich helfe, wo immer ich kann. Außer natürlich, die sind alle unsichtbar. Von wann ist Minsk jetzt betroffen? Außer wieder von Verwirrtheit. Schlaf. Okay. Hilft alles nix. Wir müssen disperren. Okay. Wer ist gestorben? Gelgorn. Okay, wieder da durch. Es hat so einigermaßen geklappt. Ich muss nur es ein bisschen anders anstellen. Nicht das. Das bringt absolut nichts. Das hier. Du, das hier. Du, die hier. Und nur durch die Scheiße durch. Verstanden. So, ich denke, den Spawner haben wir ausgeschalten. So, ich denke, den Spawner haben. So Trank trinken, die er hier war Will ich mal zurückziehen, um dich ordentlich zu heilen Deva ist schwer verwundet, das ist mir gerade egal Ähm Was ist mit dem Quasin los? Oh Vor allem, warum wirkt wahrer Blick bei denen nicht? Bei allem, was anständig ist Ich kämpfe I shall prevail Oh Das Amulett der Selterin Okay, hatte ich das nicht schon mal irgendwo? Oder hat Minsk das gerade aus Versehen abgelegt? Bin mir jetzt gerade nicht sicher Zepter Edelstein und Tarsars Herz Niemand hat gesagt, dass Dämonenherzen hübsch sind Und bei dem hier, niemand hat gesagt, dass Dämonenherzen hübsch sind Okay Zepter Edelstein So, irgendwie haben wir es hier geschafft Und ist mir gerade irgendwie egal Wie wir hier rauskommen Weil das war der letzte Raum hier Die wir uns Sorgen machen mussten So Oberdämon, das hatten wir Dämonenstein Rote Baum Also roter Baum Roter Baum klingt am vernünftigsten Blauer Dämonenraum Tieflingsraum Sokubusport Startraum Ach, das war dann doch ein bisschen falsch Bei dem blauen Dämonenraum Da kommen wir gerade her Keine große Herausforderung Außer der Tieflingsraum ist der richtige Weg Grüner Obelisk Startraum Schleife Grüner Obelisk Und ja, ich könnte auch einfach in dem Buch nochmal nachlesen Wie der es beschrieben hat Unser verrückter Jackmann Was immer ihr wünscht Teufelsraum Tieflinge Schleife Der Teufelsraum bringt mir allerdings nichts Ich muss in den gelben Kambionraum kommen Sokubus Grüner Obelisks Sokubus ist nicht so Hilfreich Was war das gerade? Natürlich Dämonenstein Dämonen Teufelsraum Roter Baum Zum roten Baum will ich aber nicht Ich will zum gelben Baum Beziehungsweise zu dem Kambionbaum Wenn es das ist, was ihr wollt Startraum Blauer Dämonenraum Sokubus Tiefling Blauer Dämonenraum Hilft mir nicht viel Außer ich muss doch erstmal zum Start zurück Euer Wunsch ist mein Begehr Oberdämon Dämonstein Roter Baum Sokubus Dämonstein hilft mir auch nicht viel weiter Startraum Oberdämon Steht da jetzt zweimal Gehen wir in den Startraum mal zurück Ja, mit dem Felsen können wir nichts anfangen Ja, der Fels ist massiv Okay, Startraum Startraum Roter Baum Jagd beim Fluchtlager Dämonenstein Ja, roter Baum Ist schon mal klar Blauer Dämon Sokubus Geht's da in den Startraum zurück? Ja, okay Erzählten wir mehr davon